man kann heute keine autozeitung mehr lesen ohne das thema e-mobilität auf die nase geklatscht zu bekommen dabei ist das doch ein ganz alter hut freunde schaut mal hier schon damals in den 40er jahren der urvater aller plug-in hybride und audi e-trons und dann sogar noch aus dem hause porsche freunde willkommen in der nordenkötzchenscheune mein name ist blockser und freunde ich stelle euch heute die neueste limited edition aus dem hause kobe vor das set 25 81 1416 steine schwer der panzerjäger ferdinand mit dem p in der mitte und das p steht nicht für power steht für porsche und warum dieses hat hier wirklich etwas mit e mobilität im entferntesten sinne zu tun hat das erkunden wir wenn wir uns den inhalt dieses kartons angucken und wenn ich das hat für euch baue denn es gibt wieder tolle fakten also freunde steigt einen euren prius und kommt mit mir hier auf meinen ja freunde damit kobe neueste limited edition stand dezember 2023 hier auf dem bautisch natürlich in der historik collection world war two aus dem hause kobe die set nummer 25 81 1416 steinchen und drei minifiguren im maßstab 1 zu 28 unseren panzerjäger tiger p ferdinand wofür das p steht dazu kommen wir noch freunde aber ihr wisst es schreibt mir in die kommentare und natürlich dürfte jetzt auch wieder raten was für eine nummer der limited edition ich hier auf dem bautisch habe wir haben das schöne große fahrzeug im maß ab 128 mit vielen drucken und passend zur weihnachtszeit könnte man ja sagen hier haben wir ein paar weihnachtsterne auf dem set als tarnung denn kobe hat auch in früheren weihnachtssets diese blätter als wirklich weihnachtsterne benutzt wir sehen viele drucke zum beispiel hier die fliese mit der karte der operation zitadelle sowie drei minifiguren ein zünder gespann und unsere malbach motoren in der siemens schaltung schauen wir uns die rückseite an da sehen wir die fakten zum panzerjäger wir sehen fakten zur zünder ks 750 zu den verschiedenen handfeuerwaffen zur bewaffnung der lanza sowie ein original foto und hier sehen wir noch mal unseren panzerjäger commander also unseren panzerkommandanten wir haben hier einen crewman also einen normalen soldaten richtschützen oder wie auch immer und wir haben hier unseren panzer grenadier unseren greni auf der zünder alles gut zu wissen viel wichtiger ist aber natürlich zu wissen wie groß wird dieses fahrzeug und dafür schauen wir einmal hier an die seiten denn da sehen wir dass das fahrzeug 28 5 cm lang wird und circa 14 cm hoch je nachdem wie wir die kanone uns einstellen freunde wir wollen aber wissen was habe ich hier für eine nummer der limited edition und was verbirgt sich steine technisch in diesen karton dafür müssen wir dieses schwere ungetüm einmal fliegen lassen freunde und dann schauen wir was sich genau im karton verbirgt ja freunde da haben wir das set auf den bautisch geschüttelt wir haben hier 5 4 2 3 1 bautüten und ich habe schon ein bisschen gesehen wir haben hier richtig coole teile drinnen zum beispiel hier haben wir freuen den bedruckten helden gab unseres grenadiers hier in erbsenthalen richtig cool wir packen die bautüten mal an die seite denn wir wollen uns die anleitung anschauen und freunde ihr habt mal wieder die chance zu erraten welche nummer hier mein zertifikat hat schreibt es bitte unten in die kommentare und wenn wir nach dem speed bild ins review gehen und das set anschauen was ich dann gebaut habe dann lösen wir es mal auf schreibt es in die kommentare spult fort dann habt ihr es auch aber straß bitte vorher in die kommentare so zertifikat geht an die seite schauen wir uns die anleitung an 1416 steine habe ich euch gesagt deswegen ist auch die altes empfehlung hier ab zehn jahren natürlich alles bedruckt ich habe euch ja schon gesagt ich freue mich auf die vielen gedruckten steine daher auch der hinweis pet printed keine aufkleber und auch die anleitung ist nach allen europäischen umweltstandards in der eu gedruckt die na vier klammer gebunden von selbst wenn wir die anleitung einmal auf tüte 1 reißen wir auf macht euch häufigen verteilt auf schädchen oder in dosen wie auch immer hauptsache ist ihr heißt die tüte auf natürlich der plastik in den gelben sack und dann bauen wir drauf los kubi anleitung haben keine bausteiten also keine zahlen unten auf der seite sondern wir haben nur unsere bau steps gruppiert in den bautüten der erste step ist farblich beim schritt zwei ist der zweite schritt farblich und der erste ausgegraut feile weisen uns den weg und in diesen rechtecken mit den runden kanten sehen wir immer die teile anzahl ich habe es euch gesagt dass wir fünf tüten durchbauen feile weisen uns den weg und ab und zu haben wir auch ein paar anlegehilfen wie hier eine legende für eine einmal dreier flat teil fertig sind wir dann mit den bau step 226 wobei wir fertig sind mit unseren ferdinand quasi hier ab 224 auf den letzten seiten dann immer die teile übersicht und sollte euch ein teil fehlen könnt es hier unten an dieser url beziehungsweise bei der url reklamieren während wir dann immer noch mal eine anleitung bekommen wie wir die minifiguren zusammenzubauen haben und auf der letzten seite gibt es dann etwas werbung schaut mal hier auf dem i hier oben müsste es ungefähr sein da seht ihr meine kopie playlist da seht ihr das ein oder andere set was hier abgebildet ist freunde ich wünsche euch jetzt viel spaß bei dem fakten zum panzerjäger tiger klammer auf p klammer zu ferdinand und mir wünsche ich natürlich viel spaß beim klemmen ich weiß dass ihr meine freunde seid ihr wünscht mir das auch freunde also viel spaß bis gleich beim review speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über das historische vorbild vom kopie set 2581 ihr habt sicher schon von zahlreichen beeindruckenden maschinen des zweiten weltkriegs gehört unter anderem ja hier auf meinem kanal aber der panzerjäger tiger p ferdinand das sonderkaufzeit 184 steht da irgendwie in einer eigenen liege dieses fahrzeug das nach seinen entwickler fällen porsche genannt wurde daher auch das p ist ein faszinierendes beispiel für militärische ingenieurskunst und strategische überlegungen der damaligen zeit sowie ein beispiel wie man so eine waffe vielleicht nicht einsetzen sollte wenn es frisch von den fabrikbändern gelaufen ist der ferdinand oft auch später als elefant bekannt wurde erstmals 1943 auf dem schlachtfeld eingesetzt er basierte auf dem chassis des erfolglosen porsche tiger prototyps von den 91 chassis produziert wurden bevor die entscheidung zugunsten des henschel designs fiel das chassis wurde dann zur schaffung des ferdinands umgebaut diese chassis hatte porsche auf eigene kosten vor produziert mit seinem 8,8 pack 43 2 l 71 geschützt einem der mächtigsten panzerabwehr geschütze des krieges war der ferdinand auf dem papier eine beeindruckende waffe die durchschlagskraft dieses geschütze konnte fast alle alliierten panzer aus großer entfernung zerstören dieser panzerjäger war jedoch nicht ohne schwächen mit einem gewicht von etwa 65 tonnen und einer durchschnittlichen geschwindigkeit von nur 20 km h war er eher langsam und zu wenig mobil zudem hatte er zu beginn keine nahe verteidigungswaffe was ihn anfällig für infanterie angriffe macht dieses problem wurde später teilweise durch das hinzufügen eines maschinengewehrs behoben der ferdinand hatte eine von panzerung von bis zu 200 mm und eine seiten panzerung von 80 mm was ihn fast aber nur fast unverwundbar gegen die meisten feindlichen antipanzerwaffen machte seine mächtige panzerung und feuerkraft machten ihn zu einem gefürchteten waffe auf dem schlachtfeld aber seine technischen einschränkungen insbesondere seine zuverlässigkeitsprobleme schränken seine effektivität ein das fahrzeug hatte zwei motoren die zwei elektromotoren antrieben also eigentlich müsste das fahrzeug heute beim zulassen eine e-kennzeichnung bekommen weil es in gewisser art der vorgänger vom audi e-tron prinzip war quasi ein hybrid von den 91 gebauten ferdinands wurden 48 beim unternehmen zitadelle der schlacht vom kurs beziehungsweise die schlacht um den kurs gabogen im juli 1943 eingesetzt dies war der größte einsatz dieser panzerjäger und gleichzeitig eine der größten panzerschlachten der geschichte trotz ihrer beeindruckenden leistung an der front waren verluste durch technische auffälle und die anfälligkeit gegenüber infanterie angriffen hoch das fahrzeug konnte sich nicht gegen infanteristen verteidigen aktuelle wissenschaftliche forschungen im bereich der militärgeschichte haben sich intensiv mit dem design und der effektivität des ferdinands beschäftigt während der ferdinand in der damaligen zeit eine beeindruckende technologische leistung darstellte zeigen moderne analysen dass seine design philosophie massive panzerung und feuerkraft auf kosten von mobilität und zuverlässigkeit in den dynamischen kriegsführung des zweiten weltkrieges sehr problematisch war der ferdinand repräsentiert eine ära in der panzer designs oft experimentell und extrem waren er steht als beispiel für die technischen herausforderungen und den strategischen wandel im panzerbau des zweiten weltkrieges trotz seiner begrenzten anzahl und einlassdauer hinterließ der ferdinand einen bleibenden eindruck in der mit hergeschichte was wir jetzt ja auch hier sehen da wie ein set von kobe bauen eben dem ferdinand für uns stellen sich beim ferdinand als interessierte ja eigentlich ein paar interessante fragen was sind die kosten und den nutzen solch extremer mit herfahrzeug welche rolle spielen innovation und technologien im krieg und was können wir aus den fehlern und erfolgen der vergangenheit in der geschichte des ferdinand spiegeln sich viele aspekte militärische innovation und strategische entscheidung wieder die bis heute relevant sind heute ist das thema hybrid bzw elektronischer antrieb über generatoren ja eine von vielen designs vorschlägen die wieder in der mobilität in unserer mobilität ein klang finden und auch logischerweise in der von panzern bzw von militärfahrzeugen der ferdinand wurde später noch mit anderen ketten ausgerüstet sowie bekam ja eine neue komponanten kuppel und natürlich ein nahbereich verteidigung maschinengewehr dieses fahrzeug wurde dann elefant genannt und noch relativ erfolgreich an der ostfront und auch in italien eingesetzt das fahrzeug war dann doch besser als seine ruf es zeigte halt nur dass es zu kompliziert war was antrieb anging und zu schnell an die front geworfen wurde für mich war dieses fahrzeug immer faszinierend denn ich kannte es schon als elefant version aus dem computerspiel call of duty united offense dort bin ich in vielen gefechten mit meinen freunden mit den ferdinand über die maps gepäst es war ein gutes gegenstück zur der sowjetunion die man in diesem spiel spielen konnte in mehr spieler gefechten ja freunde das waren meine fakten hier zum panzerjäger tiger p den lieben ferdinand beziehungsweise später elefant wir gehen jetzt aber ganz gemächlich ohne getriebemotor oder abwehrbewerbungsprobleme in das klemmbaustein review über der neuesten limited edition nämlich dem set zum ferdinand des kubis jetzt 2581 freunde viel spaß dabei nach vier stunden bauzeit steht er da unser panzerjäger tiger p ferdinand aus dem hause kobe die aktuelle limited edition das set 2581 ein absoluter genuss beim bauen bis auf naja da kommen wir gleich zu ihr seht schon hier die anleitung hat ein paar post ist das heißt es gibt etwas zu erzählen zuerst aber noch einmal ganz wichtig wir haben noch gar nicht gesehen welche nummer ich habe beziehungsweise ihr und das hier ist die nummer meines zertifikats die 344 ich habe eigentlich sehr schnell bestellt trotzdem habe ich nur eine dreistellige nummer bekommen das heißt hier nur ich bin trotzdem froh ich bin ja sammler und wichtig ist dass ich überhaupt die limited edition habe dadurch dass kobe ja hier die anzahl gefühlt verringert und die sets relativ schnell ausverkauft sind bei diesem set glaube ich noch nicht stand jetzt sind aber auch hohe nummern relativ egal hauptsache man hat halt ein limited set erwischt geschiebt deswegen auch mal das zertifikat hier so an die seite zu den kladderadatsch kommen wir gleich vergleiche zwischen der limited und der normalen version die kommen wird bzw was es früher schon einmal hier für ferdinands bzw elefanten gab bei kobe gibt es im anschluss an dieser besprechung jedes set dann gibt es ja detail bilder und da gehen wir noch mal drauf ein wichtig noch einmal ich habe ja in den fakten erzählt das fahrzeug ist viel zu schnell an die front geworfen worden der oberste führer meinte man muss nicht lange testen das fahrzeug muss gleich an die front für die operation zitadelle wo wir hier oben ja auch die karte haben schauen wir uns gleich an deswegen war dieses antriebssystem einfach noch nicht aus erforscht ausgetestet diese ganze konvention aus malbach motor sieben motorgetriebe das war einfach noch nicht zu ende getestet plus diese aufhängung schnell war das fahrzeug nicht es fehlte ja einem geht zur nahe verteidigung trotzdem hat dieses fahrzeug wirklich in den einsätzen rund um die schlacht bzw die operation zitadelle sagt man 500 panzer vernichtet 200 panzer abwehrkanonen und circa 100 geschütze trotzdem war das fahrzeug mit seiner riesen panzerung anfällig für models of cocktails oder haftladungen weil ja wie gesagt das fahrzeug sich im nahbereich nicht verteidigen konnte später wurden dann mgs montiert bzw beim umbau beim elefant hatten wir sowieso eins in der serie ganz wichtig dieses geschichte e triebwerks geschichte 20 25 km h war das fahrzeug schnell also hier ein hybrid heißt noch lange nicht dass wir hier flott vorankommen und auch der verbrauch war nicht wirklich wenig wir hatten hier über 1000 liter auf 100 km h also hybrid ja deswegen auch der kleine gag mit meinem intro aber nicht so wie wir das heute kennen das fahrzeug war eingesetzt in zwei schweren panzerjäger abteilungen die 653 und die 654 halt hier im rahmen der operation zitadelle gucken wir uns aber jetzt erst einmal die anleitung an bevor wir auf set eingehen machen wir aber vielleicht erst noch das wichtigste ich habe hier viele steine über viele kleine steine und auch einen großen den habe ich wahrscheinlich aber einfach vergessen irgendwo zu verbauen und hier haben wir hier seht vielleicht da etwas gebrochenes das ist der fuß meines panzer kommandanten das ist nämlich ein fehlguss finde ich sehr ärgerlich gerade bei einer limited edition deswegen sehen wir auch hier die hose nur halb bei meiner figur ich habe eine statische hose also mit ohne schuhe also die gleich gegossen sind dem herrn draufgepackt ich muss diesen schuh hier der fehlt der feguss bei kubi dann reklamieren aber schritt für schritt gucken wir uns die anleitung an das hat habe ich gesagt mal spaß zu bauen gerade jetzt hier diese boden platine sage ich mal mit der not on top technik hier teilweise mit dem break jetzt das macht spaß kennen wir aber auch schon von den 1 zu 35 sturm geschütze das hat spaß gemacht zu bauen was ich komisch finde ist dass irgendwie gefühlt das beige bei kubi hier immer mehr vom kräftigen beige in der anleitung zu einem grau wird also irgendwie wird es immer grauer das gefällt mir nicht also vielleicht haben sie hilft viel zu viel mit schattierung gearbeitet aber manchmal muss man echt aufpassen ist es jetzt ein beige ist es ein grau gerade wenn man vorher vielleicht nur grau gebaut hat aber eine sache hat mich richtig gestört und zwar blättern wir mal gleich hier zu meinen post ist gestört und sogar wehgetan das ist nämlich hier der bauschritt da haben wir ihn 85 packt das post immer zur seite wo wir 44 claims und mit dieser noppen aufnahme dieser runden noppen annahme in diese zwei plates hohen einmal einsam mit oben und unten offen drücken müssen und hier war die verarbeitungs qualität einfach schlecht wenn ich hier nämlich so ein bisschen nur noch groß reste überstehen und wirklich nur im bereich dann drückt man sich hier zu tot und ich hätte wirklich schmerzen an den fingerkuppen das war wirklich nicht gut und das haben mir auch andere zuschauer von meinem kanal sogar schon bestätigt wenn ihr es auch gebaut hat wenn ihr da auch probleme hatte schreibt bitte gerne unten in die kommentare dann geht es weiter soll keine kritik sein aber wir müssen es ja besprechen haben wir hier das ketten problemchen dass wir hier 37 ketten pro seite bauen sollen also 37 ketten glieder ich habe aber 38 gebaut ist es sonst viel zu stramm und wirkt auch hier zu stramm deswegen so ein bisschen durchhängen das sieht auch viel besser aus also ich würde euch wirklich empfehlen hier 38 pro seite zu bauen und dann noch etwas sehr kurioses was mir aufgefallen ist beim bau step 3 vom 110 beziehungsweise ist es nur so eine ja es kann richtiger bau step ist auch das erste mal bei kubi ist so richtig zu sehen quatsch 111 ist es ja aber so wir haben jetzt hier so viele kleine verschachtelte sachen die wir machen müssen also in jedem bau step haben wir noch mehrere sachen die wir machen müssen viele zusätzliche erklärungen ich finde es per se gut aber ich glaube wenn man noch nie mit kubi anleitung gebaut hat ist das verwirrend dass wir auf einmal so viele drin haben was ich aber lustig finde ist dass wir hier einen extra stein reingemogelt bekommen in der 111 nämlich diesen hier hier unten diese einmal zweier wahrscheinlich plate in schwarz die welche nirgendwo haben also ist auch nicht über die sehen wir auf keinen anderen bauschritt ist auf einmal einfach da warum es halt wieso das so tricky ist oder warum das später angedacht war kommen wir gleich zu wenn wir uns das fahrzeug anschauen denn ich packe mal die anseitungen anleitung zur seite das fahrzeug hat ja zwei coole motoren verbaut unseren malbach beziehungsweise die zwei malbach motoren wo wir auch hier und sonst denn zu haben hier haben wir die noppen aufnahme für die motoren und unser gelasertes schild zwei malbach hl 120 tm plus siemens agv das ist diese elektrogetriebe beziehungsweise die der generator die übersetzung zeige ich euch gleich dann ganz wichtig noch natürlich das typen schild hier unser panzerjäger tiger p ferdinand bei mir hier die nummer 344 dann die kaputte hose habe ich euch gezeigt schauen wir uns die figuren an bevor ich jetzt wirklich das fahrzeug auf schraube nehmen wir auch hier unseren panzer soldaten mit schöner blauen blauen hemd schwarzen gürtel für die pistole bis in öl im gesicht wir haben hier die schwarz rosa mütze wie unser schiffchen der panzer truppe hier haben wir vollständig gegossene schuhe und eine olivfarbene hose sowie einen maul schlüssel und unsere berühmte p08 dann haben wir hier unseren grad schützen beziehungsweise unseren grenadier ich zeige euch mal kurz die zünder und ich habe euch schon mal in einem video gefragt was ist eigentlich hier dieses komische rad mit dem ja sieht aus wie ein rad mit dem sattel da oben drauf aber das ist das symbol das taktische zeichen bei der wehrmacht für die kratzschützen kompanie gefällt mir ganz gut schön diesen grau gehalten hier unser mg 34 mit trommelmagazin von hinten hier das rücklicht man sieht aber ein bisschen die großqualität des motorrads hier das ist nicht gut gewesen es musste ich auch wirklich mit viel druck zusammendrücken hier die beiden hälften und hier hinten ist dann wirklich ein spaltmaß der gefällt mir nicht der fast mein fingernagel rein von vorne dann haben wir hier schönes round teil für das frontscheinwerfer licht und dann hier noch schön beklebt bitte bedruckt also bedruckt bedruckt von mir mit einer einmal 1 round start in ja light blue grey und hier ein köpferchen sowie hier den sattel aber auch hier sieht man hier bissel die spaltmaße das gefällt mir nicht sonst ja da unten sieht man es auch und ich kann drücken wie ich will das geht nicht weit auseinander vielleicht wenn ich da feilen würde aber das mache ich nie messer schabe messer schere gabel licht ist für mich bei kubi nix und so ähnlich also das mache ich nie da zeige ich es euch lieber genauso wie es ist dann haben wir hier unseren grenadier mit diesen schönen tropfenmuster in diesen braun schwarz denn er guckt ein bisschen böse er hat hinten karabiner in der hand er hat eine handgranate stiegern granate und ist auch sehr schön bedruckt ihr bekommt natürlich wieder hinten bis zu rechts die figur im digitalen damit es vergleichen können und auch hier hinten haben wir gasmaskenbehälter wasserflasche und so weiter ja dann kommen wir mal zum panzerkommandanten mit der hose die nicht dazugehört einfach weil ich hab's euch ja gerade schon gesagt wir haben hier kopfhörer telefunken wir haben ja auch das schiffchen hier aber nicht mit diesen rosa dreieck wir haben hier ich hab's auch vertauscht die mütze müsste eigentlich zu dem so einer figur hier haben wir die geile karte das unternehmen zitadelle bisserl zu groß für die figur eigentlich aber es ist genau hier der operationsplan zur beseitigung dieses frontbogen die figur schön hochgekrempeltes ärmelchen und dienstglas also alles nice bis auf halt die kaputte schuhform und dass ich halt hier die schiffchen hätte tauschen müssen ja das war es aber nur das beiwerk zehn minuten und eigentlich kommt jetzt zum fahrzeug schauen wir uns kurz von außen an einmal hier das laufwerk schönes doppel laufwerk man erkennt er wirklich die wanne des tiger prototyps bzw die die ferdinand porsche designt hat wir mit den hohen stehenden rädern und dann hätte die laufrollen richtig cool hier schlauch element damit schönen druck hier haben wir auch drucke vorne an der wanne an der front haben wir auch viele drucke dieses genietete hier auch da sogar hier okular angedeutet bis zur preskop dann an der seite hier auch schöne kiste hier angedeutet hier haben wir ein stab wahrscheinlich das rohrreinigungsgerät hier auch das balkenkreuz und von oben haben wir auch ein paar drucke angedeutet nämlich hier die klappe für den kommandanten beziehungsweise auch hier und von hinten dann haben wir hier so ein bisschen das heck was auch so typisch aussieht wie dieses fahrzeug ganz wichtig von unten noch mal so zeigen diese bautechnik was ich euch gesagt habe dieses auf der seite liegende dann mit den brackets was haben wir an funktionen erstmal auch hier haben wir ein bisschen ja spaltmaße wir haben bei den kleinen fliesen so gefühlt so ein bisschen übergänge also da ist die qualität auch ein bisschen ja ich will jetzt keine fehler suchen aber mir gefällt es nicht dann schauen wir mal einfach oben rein die kette ist gerissen weil ich das kommt natürlich wenn man jetzt ein bisschen spannend und man reißt dran kann das passieren dadurch dass ich einen ketten geht mehr gemacht habe aber es sieht hat wie ich euch gesagt habe einfach beim schieben oder beim stehen lassen einfach besser auf also wir können aber hier die klappe jetzt auch machen haben hier hinges da einen und können hat die klappe zu machen so sogar bündig können sie auch gut hier festhalten wir haben hier mit diesen arg stein auch die möglichkeit das schön einrasten zu lassen aber viel wichtiger ist ja und warum ich euch das zeigen wollte der innenraum der kampfraum des fahrzeugs unsere kanone während ich hier nochmal schnell versuche im feld die kette drauf zu montieren was passiert wenn man den panzer auf die seite legt und wie ich jetzt hier schnell eine feldrepertur macht ist dass diese ja ich nenne sie mal weihnachtssterne abfallen und auch hier vorne diese schutzbleche hängen nur an ein paar noppen diese weihnachtsterne sage ich weil sie bei den weihnachtssets bei kobe da bis sie zuerst gesehen sind hier älter und da waren das wirklich solche blümchen und das muss ich gucken genau hier vorne am schutzblech da kommt dieses steinchen dran und beim schutzblech ja muss man aufpassen hängt halt auch nicht an vielen noppen so aber ich wollte euch den kampfraum zeigen hier unsere kanone schön gemacht viele details kleiner sitz sogar angedeutet für den richtschützen auch wenn es natürlich viel zu klein ist wir können sich hier bewegen bisschen blöd finde ich hier diesen gap aber richtig cool gemacht ist dass wir hier mit hinges arbeiten mit vielen hinges nach hinten hier an der seite also diese befestigung der seitenteile hat richtig spaß gemacht und vor allen dingen haben wir sie auch gleich als dekoelement benutzt nämlich hier für unsere munition für unsere vier granathülsen und wie gesagt hier unsere kanonen und da unten das rote das schimmert sogar ein bisschen schon die motoren durch wir haben hinten noch eine kleine klappe für die granate zu auswurf da braucht man aber hier ein bisschen fingernägel die habe ich jetzt nicht so ihr wisst ja kobi bauer haben eigentlich eins nie fingernägel hier die können wir auch aufmachen auch nett ist diese antenne was wir auch noch haben ist natürlich hier unsere rohr also waffen abstützung wie wir ein klappen können und wir haben hier zwei klappen die wir aufmachen können da können wir figuren rein prökeln aber das sieht ein bisschen komisch aus was jetzt aber noch wichtig ist ist natürlich der motorraum und der befindet sich hier drunter mit diesen typischen flachen kobi fließen und ich habe es noch nie rausbekommen da seht ihr es ohne dass irgendwas abgefallen ist hier fallen die gitter ab weil die stehen über und in der anleitung da soll das so funktionieren dass man es am rohr vorbei hebeln kann das funktioniert bei mir aber eigentlich so gut wie nie ihr seht es hier da geht auch das geht er ab und wenn ich dann hier so ziehe geht dann langsam die platte hoch ich würde immer empfehlen nimmt das rohr dafür einfach ab hier da und dann kommt viel besser dran und schon sehen wir hier das siemens schuka elektro getriebe wird den elektro antrieb und die beiden maybach motoren dahinter lustig ist dass kobi in der anleitung sogar werkzeug beigelegt hat das haben wir hinten womit wir dann sogar die motoren raus ziehen können also so soll es in der theorie funktionieren und hat bei mir auch schon einmal so funktioniert jetzt gucken wir mal ich stelle es hier hin wir machen wird hier live am offenen herzen und wenn es so lange dauert dann machen es einfach schneller man muss hier so ein bisschen wackeln schön sind aber auf jeden fall diese metallik steine so zack und das ist dieses siemens schukat getriebe werden die generatoren beziehungsweise der e-motor hier wahrscheinlich kühlerippen und hier die e-motoren in diesem ja metallik legen wir an die seite und jetzt sehen wir hier unsere beiden maybach motoren auch da haben wir so ein bisschen spaltmaße aber was cooles wir sehen hier wir haben hier kleine bügel und damit sollen wir jetzt mit unseren kleinen werkzeug hier was wir hinten dran haben rein schnappen und dann wackeln und dann können wir so den motor heraus holen ihr seht es da 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 haben wir die nummer eins und die hängen dann hier unten auf diesen zwei noppen dieser teil zweimal zwei mit zwei noppen so jetzt muss man das nur wieder abkriegen da 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 haben wir hier diesen motor schuld auch hier metallik dann hier so ein bisschen rost genau hier das ist nur blöd dass wir es halt keine dat cobi hat keine großen tisches sondern nur so einzelteile das ein bisschen blöd packen wir hier an die seite packen wir auch gleich auf diesem stand hier drauf so einmal und dann versuchen wir es noch mal mit diesem hebel hier rein mein arm ist ein bisschen im weg aber ich muss das machen so und auch da können wir dann so rein snappen und können dann den motor rausholen so zack das rein friemeln ist etwas komplizierter geht aber auch der identische motor mit hier den gleichen krümmer da oben drauf beziehungsweise diesen krümmer ja nicht wirklich und dann packen wir es hier drauf und dann haben wir hier die motoren auf diesen diesen stand auf dieser plate ich weiß jetzt nicht ob man da jetzt noch hier das getriebe drauf machen könnte was eigentlich blöd ist weil hier steht es ja siemens agv aber ich glaube dass hier vorne ist das siemens agv und das hier ist halt die transition das getriebe ja freunde und jetzt können wir schön reingucken in diesen hohlen großen raum der beim bauen spaß gemacht hat und dahinten sehen wir auch sogar wir haben wir sogar mal mit panelen gearbeitet ich baue jetzt alles wieder zusammen dann gibt es für euch jetzt im anschluss detail fotos wo wir halt noch mal ein bisschen sprechen über das fahrzeug und seine versionen also von kobe und dann schauen wir zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ja freunde wie immer an dieser stelle bekommt ihr detail fotos damit ihr euch einfach einen eigenen eindruck vom set 2581 verschaffen könnt ich werde diese bilder auch noch mal komprimieren bisschen fetzige musik drunter und dann gibt es das auch als short auf diesem kanal wichtiger hinweis noch und ich habe extra darauf gewartet dieses video zu veröffentlichen wir haben nämlich jetzt auch zahlen daten und fakten und vor allen dingen einen preis für die normale version des sonderkfz 84 das set heißt dann auch so sonderkfz 84 ferdinand hat die nummer 2583 und nur eine minifigur wir haben nämlich den panzerkommandanten mit den hochgekrempelten ärmeln dafür haben wir keine zünder wir haben keinen anderen panzer soldaten und wir haben auch keinen grenadier und wir haben auch keinen motorträger plattform für die beiden maybach motoren ein typenschild für das hat haben wir aber trotzdem 1268 steinchen schwer und kostet dann 89 99 nicht wie die limited edition die ich euch hier vorstelle die kostet ja 99 euro und 90 cent ja und dann noch ein kleiner rückblick in die vergangenheit von kobe denn es gab ja schon mal einen ferdinand die set nummer 2496 hatte 515 steinchen und zwei minifiguren und die gab es in zwei versionen kobe hat immer im jahreswechsel versioniert aus gab eine v1 version und eine v2 version das thema elefant heben wir uns dann auf für das review wenn ich euch den elefanten hier vorstellen werde mit etwas glück komme ich aber auch noch an so eine 2496 ran und dann können wir dann ja vergleichen ihr wisst ja hier auf meinem kanal gibt es historische fakten aber ich versuche euch auch die historie von kobe näher zu bringen und das war's bis hierhin liebe freunde alle infos zum set findet ihr auch unten in der infobox in der video beschreibung quellen größe maße preise und so weiter schaut da gerne mal vorbei und jetzt schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ja freunde da ist das video schneller zu ende als in china ein neues auto für den deutschen markt produziert wird ich bin fan dieses set hat mir richtig spaß gemacht zu bauen es hat natürlich seine schwächen das habe ich gerade gesagt und großes fazit ich glaube man braucht diese limited edition eigentlich gar nicht die ganzen gut ist dabei alles cool für mich als sammler richtig nice aber wenn ihr einfach nur einen ferdinand bauen wollt dann baut die kommende normale version oder sogar eher noch den elefant der noch kommen wird den werde ich mir auch holen dann vergleichen wir mal aber der elefant ist das modernere auch geschichtlich dann interessantere stück weil es ja die weiterentwicklung war und halt nicht nur hier so auf die operations zitadelle beschränkt bzw auf diesen zeitraum ihr wisst was ich meine habe ich euch gerade alles erzählt was gar nicht geht kobe ist finde ich bei einer limited edition diese geschichte mit meinen kaputten fuß also nicht meinen sondern den fuß kaputt hier der mini figur bei einer limited edition sollte die qualitätskontrolle finde ich etwas anders sein als bei den normalen man sieht es ja auch dass diese setz immer gleich schnell weg sind und heißt begehrt sind dadurch auch ein sehr teurer zweitmarkt entsteht und da finde ich kobe müsst ihr einfach aufpassen wenn ihr wahrscheinlich in diese riege rein wollt wo andere schon sind oder eine auf jeden fall überhalb der ostsee ihr wisst nur wenn ich meine ich liebe dieses set wirklich es hat spaß gemacht ich werde mir habe ich auch gerade gesagt den elefant auf jeden fall besorgen dann werden wir vergleichen als sammler habe ich euch gesagt ist dieses set für mich interessant aber für euch da draußen würde ich sagen nein spart euch die paar euro schreibt mir eure meinung bitte zum set unten in die kommentare lasst mir gerne einen daumen da teilt auch gerne dieses video lasst uns unsere kobe gemeinde hier etwas vergrößern und dann habe ich noch eine kleinigkeit für euch es gibt nämlich zum ende des jahres noch ein kleines gewinnspiel bei denen ihr auf meinem kanal etwas gewinnen könnt custom made für euch für ein kobe set wo kobe etwas ja wie soll ich sagen auch das thema limited mit normaler edition verschlampt hat es geht nämlich um stands für die horten da heißt aber dranbleiben hier bei meinem kanal dann könnt ihr drei custom stands für eure normale horten gewinnen falls ihr keine limited edition habt das für euch noch zum ende des jahres ja freunde bleibt mir nichts anderes zu sagen als wie bei jedem fahrzeug gute fahrt kommt gut bis ins neue jahr auf wieder bauen euer freund der block star